Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Es ist so viel passiert in den letzten Stunden rund um die NFL, dass wir uns entschieden haben, eine kleine Überraschungsfolge für euch zu machen. Und damit herzlich willkommen zu einer kleinen Surprise-Folge, einer Bonus-Folge Down, Set, Talk mit mir, Christoph Kröger und mit Adrian Franke. Einen wunderschönen Samstag. Genau, Samstagmorgen ist es. So klingt meine Stimme auch noch ein bisschen. Ich habe extra mir einen Kaffee geholt, damit ich mal ein bisschen in Fahrt komme. Samstagmorgen, das ist eigentlich keine Down, Set, Talk Aufnahmezeit. Aber, wie ich schon gesagt habe, es ist viel passiert. Und wenn wir das alles nächste Woche Donnerstag erst aufarbeiten wollen, was jetzt passiert ist und was bis Donnerstag noch passiert, dann haben wir eine 3-4-5-Stunden-Folge wahrscheinlich, oder? Ja, ich glaube auch. Also, ab Montag geht es so richtig hoch her in der NFL. Ab Montag dürfen alle Spieler, die Free Agents werden, deren Berater dürfen dann mit Teams in Kontakt treten. Und das heißt, so Montagabend, Dienstag werden wir schon viel mehr wissen, wo bei manchen Spielern die Tendenz hingeht. Aber die letzten 48 Stunden ungefähr waren in der NFL doch schon sehr ereignisreich, dass wir uns gedacht haben, warum nicht eine kleine Bonus-Folge, um einfach mal die News der letzten zwei Tage aufzuarbeiten und uns so ein bisschen Platz und Spielraum, glaube ich, auch zu schaffen für dann die große Free-Agency-Folge nächste Woche. Das Interessante ist, du hast gesagt, die letzten 48 Stunden, die letzten 24 Stunden habe ich persönlich kaum was mitbekommen. Ich hatte so viel um die Ohren und dann den ganzen Abend Training. Ich habe nicht mal auf mein Handy gucken können. Und dann schreibt Adrian mir danach, Christoph, wollen wir nicht eine Extra-Folge machen? Man, es ist so viel passiert. Ich bin sehr gespannt, ob ich alles aufholen konnte oder ob Adrian mir jetzt in dieser exklusiven News-Folge noch was Neues erzählen kann. News aus der NFL Du, Adrian, hast das Ganze mal so ein bisschen, ja, aufgeteilt, gerankt. Wir fangen mit einer News an, die den aktuellen Superbowl, die die letzten beiden Superbowl-Champions betrifft. Die Philadelphia Eagles und die New England Patriots, die haben sich nämlich auf einen Trade geeinigt. Und zwar geht Michael Bennett, Defensive End Michael Bennett von den Philadelphia Eagles zu den Patriots. Ja, Preis ist ein Fünftrunden-Pick 2020, den die Eagles bekommen. Die Patriots bekommen einen Siebtrunden-Pick noch zurück. Zu Bennett ganz kurz noch, das ist so in den Stunden vor dem Trade ist das so ein bisschen hochgekommen, dass es da, ja, ein bisschen Zwist gibt zwischen ihm und den Eagles. Bennett wohl ein bisschen mehr Geld wollte, die Eagles ihm nicht mehr Geld geben wollten. Und dann so, gut, sie könnten ihn entlassen, sie schauen jetzt nach Trade-Partnern. Offensichtlich dann bei den Patriots fündig geworden. Und meine erste Reaktion, und was bei mir hier auch ganz, ganz oben steht, ist, das ist so ein dermaßen typischer Patriots-Move. Absolut. Und das in verschiedenen Schichten auch. Also zunächst mal ist es der perfekte Ersatz, wenn natürlich auch kurzfristig, aber erst mal jetzt der perfekte Ersatz für Trey Flowers, nämlich ein variabel einsetzbarer Defensive-Lineman, den du als Defensive Tackle, als Defensive End aufstellen kannst, der solide in der Run-Defense ist und eine permanente Gefahr für offensiv im Pass-Rush darstellt. Letztes Jahr 68 Quarterback-Pressures, nur vier Edge-Spieler in der ganzen NFL hatten mehr als Michael Bennett. Klar, wie gesagt, kurzfristigere Lösung, er ist älter als Trey Flowers und du wirst, irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren wird man auch sehen, dass Bennett nachlässt, da bin ich mir sicher. Aber ich glaube, erst mal bekommst du zumindest jetzt mal wenigstens eine gute Saison, hat er auf jeden Fall noch im Tank, würde ich jetzt spekulieren. Und er ist doch auch günstiger, oder? Also wir wissen noch nicht, was Trey Flowers jetzt natürlich bekommt, aber wir gehen davon aus, dass es viel sein wird, haben wir ja schon besprochen in der letzten Folge. Er wird dann halt auch deutlich günstiger sein als Trey Flowers. Wird viel günstiger sein. Patriots, das haben wir auch in der letzten Folge so ein bisschen schon angedeutet, Patriots bezahlen ihre Edge-Spieler meistens nicht. Deswegen sind wir auch beide ja davon ausgegangen, dass Trey Flowers eben auf den Markt kommen wird. Und selbst wenn die Patriots noch Interesse vielleicht haben und sagen, hier, wenn du anderswo ein Angebot kriegst, dann lass es uns wissen. Vielleicht geben wir dir das Gleiche. Wenn es zu der Situation kommt, also wenn Flowers auf den Markt kommt, dann wird er anderswo garantiert mehr bekommen, als die Patriots bereit sind, ihm zu bezahlen. Das ist natürlich auch eine Schemesache bei den Patriots, die ihre Pressures, das haben wir ja auch in den ganzen Superbowl-Folgen oft aufgedröselt, die ihre Pressures und die Quarterbacks unter Druck setzen, vor allem über das Scheme, über Blitzing, was sie mit ihren Linebackern machen. Natürlich ist es ein Qualitätsverlust in gewisser Weise, wenn du Flowers jetzt gegen Bennett austauscht, aber der Qualitätsverlust ist nicht so enorm. Und man muss auch verstehen, wie eben das Drumherum in der NFL funktioniert. Und da meine ich jetzt vor allem, wie die Patriots das Drumherum in der NFL und die Rahmenbedingungen gewissermaßen für sich auch nutzen. Also wenn wir jetzt auf diese Situation mal konkret schauen, Trey Flowers vermutlich ist es, oder für mich ist es der größte Free-Agent-Fisch, wenn man so will, dieses Jahr. Also der größte Spieler, der dieses Jahr auf den Markt kommt. Und dementsprechend wird der auch kräftig abkassieren, was im Gegenzug den Patriots aller Voraussicht nach einen Drittrunden-Compensatory-Draft-Pick einbringt. Jetzt haben sie Bennett für einen Fünftrunden-Pick ertradet, bekommen noch einen Siebtrunden-Pick mit zurück und Trades zählen nicht in die Compensatory-Formel rein. Das ist wichtig zu wissen. Also Trades und genauso wie Spieler, die entlassen wurden, also deren Vertrag nicht ausliegt, sondern die entlassen wurden, wenn man die verpflichtet, zählt auch nicht in die Compensatory-Formel mit rein. Und so sichern sich die Patriots eben die Kurzzeit-Production, also den Kurzzeitersatz mit Bennett und gleichzeitig eben langfristig zusätzliche Draft-Picks über die Compensatory-Formel. Und das machen sie permanent so. Das ist wirklich eine Taktik, die du bei den Patriots fast jedes Jahr sehen kannst. Also wenn wir letztes Jahr schauen, Nate Soldier, der Left Tackle, bekommt von den Giants eine unfassbare Menge an Geld. Patriots bekommen dann einen Drittrunden-Pick über die Compensatory-Formel zurück. Und was macht der England dann? Sie traden günstig für Trent Brown, der bei den Patriots ein super Jahr hat, jetzt selbst wieder auf den Markt kommt, wahrscheinlich da auch wieder abkassieren wird, was den Patriots nächstes Jahr einen Dritt- oder Viertrunden-Pick wieder einbringen wird. Dann kannst du Malcolm Butler sehen, von den Titans einen Monster-Vertrag bekommen, Patriots stauben einen hohen Compensatory-Pick ab und traden günstig für Jason McCordy, der dann letztes Jahr eine gute Saison hatte. Die haben dieses Jahr zwei Compensatory-Picks in der dritten Runde, was ja die höchste Runde ist. Also höher als die dritte Runde kann man keinen Compensatory-Pick bekommen. Und wir können eigentlich jetzt schon davon ausgehen, dass sie vermutlich für Flowers und für Trent Brown nächstes Jahr wieder zwei abräumen werden. Und das ist einfach, da siehst du einfach, wie gute Teams gut bleiben, weil sie die Rahmenbedingungen der NFL, genau, ja, und die Rahmenbedingungen der NFL einfach auch clever für sich nutzen. Ja, die Patriots, da sind schon ein paar schlaue Köpfe am Werk, da kann man nicht anders sagen. Natürlich, wie du gesagt hast, finde ich, dass Michael Bennett schon ein Qualitätsverlust ist im Vergleich zu Trey Flowers. Aber er ist kleiner, als ich das erwartet hätte, wenn man Trey Flowers verliert. Also wenn man ihn mit Michael Bennett ersetzt, finde ich, wie du schon gesagt hast, ist ein ähnlicher Spieler in dem Sinne, dass du ihn halt an der Line rumschieben kannst, dass er kein reiner Speed-Edge-Rusher ist, sondern halt variabel einsetzbar ist, was sehr gut zu den Patriots passt. Und der ist immer noch gut. Vielleicht nicht auf dem Level, auf das jetzt Trey Flowers gekommen ist in den letzten ein, zwei Jahren, aber trotzdem immer noch gut. Und da kann man, glaube ich, als Patriots-Fan ganz zufrieden sein, so jemanden als Ersatz, als günstigeren Ersatz gefunden zu haben. Aus Eagles Sicht gefällt mir der Trade nicht so, muss ich sagen. Weil die, klar, du hast immer noch, die haben Brandon Graham gehalten. Ich schätze, dass das auch ein großer Faktor war, warum sie sich dann bei Bennett so gar nicht auf irgendwelche Vertragsgespräche jetzt noch einlassen wollten. Du hast Chris Long und du hast die jungen Spieler dahinter, Derek Barnett natürlich, der wird jetzt starten. Aber so ein Bennett, der wird dir schon da fehlen in der Rotation. Wir haben letztes Jahr gesehen, wie wichtig der für den 4-Man-Rush von den Eagles auch war. Und was für eine große Rolle ja eben auch hatte. Wie gesagt, 68 Quarterback-Pressures, das ist ein absoluter Topwert. Also das werden die Eagles schon spüren. Und ein 5-Runden-Pick dafür zurück ist halt, boah, ja. Also wenn ich da jetzt, also man gibt es ja gerade in US-Medien, machen ja so gerne Trade-Gewinner-Verlierer. Wir haben nachher noch einen Trade, wo ich finde, da gibt es eigentlich zwei Gewinner. In dem Fall sind für mich die Patriots der Gewinner. Ja, würde ich mitgehen. Michael Bennett, du hast gesagt, 78 Quarterback-Pressures, 4,33 pro Spiel. Merkt euch diese Zahl, die wird später noch relevant, weil ich sie vergleichen werde. Nächste News, wieder ein Trade. Diesmal ist es ein Quarterback, der getradet wurde, nämlich Case Keenum. Geht von den Denver Broncos zu den Washington Redskins. Ja, das ist ein interessanter Trade, der uns zeigt, dass die Broncos doch sehr, sehr klar sich von Keenum trennen wollten. Also die Broncos bekommen einen 6-Runden-Pick zurück. Also das hatte ich ja schon vermutet, nachdem sie Fleckow geholt haben. Wie sehr du von Keenum quasi enttäuscht bist und wie sehr du ihn loswerden willst, wenn du dir Joe Fleckow stattdessen holst, finde ich, zeigt das schon relativ deutlich. Deswegen kam dieser Trade für mich überhaupt nicht überraschend. Nee, kam gar nicht überraschend. Das Spannende bei NFL-Trades, finde ich, ist auch immer, das zeigt ja jetzt auch so ein bisschen der Bennett-Trade. Eagles offensichtlich wollten ihn loswerden. Weil wenn du letztlich die Kompensation siehst, dann kannst du so ein bisschen erahnen, wie der Markt auch war. Und bei Keenum, wir sehen jetzt hier, also der Trade ist, die Broncos bekommen einen 6-Runden-Pick, die Redskins bekommen einen 7-Runden-Pick noch zurück für Keenum. Also im Prinzip ist es fast geschenkt, wenn man jetzt mal Platz sagen will. Der Trade für mich zeigt, dass es halt überhaupt kein Markt überhaupt kein Interesse, überhaupt kein Markt für Keenum gab, weil die Broncos lassen sich ja letztlich auf diesen Trade ein. Und der ist so günstig auch deswegen, weil er eben mit einer Vertragsumstrukturierung auch einhergeht. Da muss man sich den Keenum-Vertrag ein bisschen anschauen. Also die Broncos zahlen jetzt nur noch, in Anführungszeichen, 3,5 Millionen Dollar an Deadcap für 2019 für Keenum. Washington übernimmt die anderen 3,5 Millionen von den garantierten 7 Millionen, die in Keenums Vertrag standen. Und die Alternative für Denver nämlich wäre gewesen, Keenum zu entlassen. Dann wären sie für die ganzen 7 Millionen erst mal selbst zuständig gewesen. Und ein anderes Team hätte Keenum dann für das Minimum, das wären in Keenums Fall 800.000 Dollar, verpflichten können. Und die restlichen 6,2 Millionen wären dann immer noch in den Broncos-Büchern gewesen. Also für Denver ist es gewissermaßen, du schenkst ihn quasi her und dafür ist der finanzielle Verlust oder die finanzielle Belastung nicht mehr ganz so groß. Gestehst du natürlich auch damit ein, und da sind wir wieder bei Elway, bei dem ganzen Broncos-Thema, was wir ja auch schon im Zuge des Flacco-Trades so ein bisschen kritisiert haben. Du gestehst dir natürlich nur einen Riesenfehler letztes Jahr ein, dass du ihm den Vertrag so gegeben hast. Und wieder, oder nochmal für mich so ein bisschen echt, auch das Fragezeichen, was wir ja auch im Zuge des Flacco-Trades schon gesagt hatten, wie sinnvoll ist es jetzt wirklich, den einen Bridge-Quarterback durch den anderen Bridge-Quarterback zu ersetzen und dafür dann noch so Verluste hinzunehmen, in Anführungszeichen. Also aus Broncos Sicht, finde ich, sieht es überhaupt gar nicht gut aus. Washington, finde ich, ist es ein sehr guter Trade. Du bekommst einen Low-Level, sagen wir jetzt mal, Starting-Quarterback, beziehungsweise High-End-Backup-Quarterback für sehr, sehr wenig Geld. Fast keine Trade-Kompensation, also wie gesagt, ist ja fast geschenkt, wenn man so will. Und das ist jetzt eben die Absicherung, falls Alex Smith wirklich die komplette Saison verpasst. Trotzdem hast du immer noch kompletten Spielraum, wenn du zum Beispiel hier im Draft früher einen Quarterback holen willst. Sehe ich ähnlich. Die Redskins haben ja letzte Saison gezeigt, wie sie mit, ja, mit Quarterbacks noch irgendwie eine Rolle spielen können, beziehungsweise mit einem ganzen Roster eine Rolle spielen können, der jetzt wirklich nicht auf dem obersten Level ist. Case Keenum ist deutlich besser als das, was sie nach Alex Smith da aufs Feld geschickt haben, in meinen Augen. Von daher ist es natürlich ein Upgrade und eine Absicherung. Die Broncos haben den Schaden relativ gering gehalten, ist natürlich trotzdem aber, ja, also ... Absurd, ja. Du siehst halt jetzt, du hast halt jetzt diese Fleckow-Geschichte schon, dass du den mit seinem teuren Vertrag dir holst, letztes Jahr eben Keenum für eine stolze Summe auch geholt hast. Und jetzt musst du dir halt auch sehr drastisch eingestehen, dass das eine schon eine Fehlentscheidung war. Und für Fleckow wirst du ja jetzt sowieso auch schon von allen irgendwie kritisiert. Also, ja, ich bin gespannt. Aber für mich sind es beides immer noch Teams, Washington und Denver, wo es mich überhaupt nicht wundern würde, wenn die eben im April in der ersten Runde einen Quarterback ziehen. Also, da hat sich für mich in der Hinsicht eigentlich wenig geändert. Bei mir ist ... Die Redskins sind so ein bisschen gesunken, was das angeht. Meinst du, dass sie mit Keenum und Colt McCoy dann in die Saison gehen? Ja. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Also, zumindest, ja, vielleicht holen sie sich einen Quarterback, aber in der ersten Runde glaube ich nicht. War das deine ... Hattest du die erste Runde da im Kopf? Oder generell den Vertrag? Nee, schon erste Runde. Also, ja doch, erste Runde. Wenn ich jetzt überlege, was ist Case Keenum für dich und wie bewertest du die Situation, ist natürlich, wir kennen natürlich die medizinische Akte von Alex Smith nicht. Aber alles, was man so hört, würde es mich nicht wundern, wenn der gar nicht mehr spielt. Oder wenn sich Washington zumindest dann nach der nächsten Saison von ihm trennt, wenn sie das finanziell machen können. Dass du trotzdem eben einfach sagst, Keenum ist unsere Einjahres-Übergangslösung. Und ich glaube, genau das ist er auch. Und du jetzt aber im Draft eben dann die langfristige Lösung dir suchst. Da bin ich sehr gespannt. Bei den Broncos kann ich es mir jetzt noch mehr vorstellen. Wo die Redskins natürlich jetzt raus sind, ist eine Debatte um Teddy Bridgewater, wo wir ja letzte Folge darüber gesprochen hatten, dass das ganz interessant wäre. Da sind sie ja jetzt raus. Und auch so ein bisschen eine kleine Randnotiz. Oh, Alexa spricht gerade mit mir. Was habe ich gesagt? Creepy. Sie redet die ganze Zeit. Ei, ei, ei. Stark. Ruhe jetzt. Andere Randnotiz noch, weil du gerade Bridgewater gesagt hast. Was, wo ich auch dran denken musste, Washington galt oder gilt ja auch als einer der heißesten Interessenten an Josh Rosen. Dass sie jetzt Keenum holen, ist glaube ich zumindest ein kleiner Indiz, dass Arizona diese ersten Trade-Anfragen wirklich geblockt hat. Das hat ja Chef da von ESPN, hatte das ja auch berichtet, dass zumindest bisher Arizona allen Teams, die irgendwie angefragt haben, gesagt hat, dass Rosen nicht zum Verkauf steht. Das kann sich natürlich noch ändern. Bis zum Draft ist es noch eine ganze Weile hin. Aber jetzt diese Keenum-Verpflichtung bestätigt das so ein bisschen für mich. Und wenn man das eben weiterdenkt, dann wäre es ja aus Arizonas Sicht auch interessanter gewesen, beispielsweise an ein Team wie Washington Rosen zu traden, bevor die sich Keenum holen. Einfach um zu sagen, Washington wäre wahrscheinlich breiter gewesen, eine höhere Ablöse in Form von Draft-Picks zu bezahlen, bevor sie Case Keenum geholt haben. Und sie wäre jetzt vielleicht eher bereit zu sagen, ja gut, wir geben euch für Rosen einen Drittrunden-Pick, was auch immer. Und wenn ihr das nicht wollt, dann gehen wir halt mit Keenum in die Saison und draften uns dieses Jahr ein und sind damit auch einverstanden. Ich glaube, da kann man zumindest so ein bisschen im Kaffeesatz rumlesen. Jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten Trade, wie ich finde. Und zwar sind da zwei Spieler mit enthalten. Denn die Browns und die Giants haben sich auf einen Trade geeinigt. Olivier Vernon geht von den Giants zu den Browns und im Umkehrschluss geht Kevin Zeitler, der Offensive Guard von den Browns, zu den Giants. Und dann gibt es auch noch ein paar Picks, die da mit ausgetauscht wurden. Genau, die Browns bekommen einen Viertrunden-Pick noch dazu und die Giants einen Fünftrunden-Pick. Also ein kleiner Bonus sozusagen noch für Cleveland. Ist einer der ja relativ seltenen Spieler-für-Spieler-Trades, auch wenn jetzt noch Picks involviert waren. Und einer der seltenen Trades in der NFL. Und den hatte ich vorhin gemeint, bei dem für mich am Ende eigentlich beide Teams ganz gut aussehen. Aus Browns Sicht ist es ein gewisses Risiko. Ist auf jeden Fall dabei, weil du gibst einen der absoluten Top-Guards in der NFL ab. Das muss man ganz klar sagen. Kevin Zeitler ist wirklich ein Top-Fünf-Guard in der NFL. Und verlässt dich darauf, dass eben dein Zweitrunden-Pick letztes Jahr aus dem Corbett, dass der diese Lücke schließen kann. Wenn das halbwegs so hinhaut, dann sind die Browns natürlich definitiv stärker geworden. Weil du jetzt einen Pass-Rusher hast, der glaube ich immer noch so ein bisschen unter dem Radar ist mit Olivier Vernon. Der aber einer der produktivsten Pass-Rusher auch letztes Jahr wieder war. Und das trotz eben der schweren Left-Tackle-Gegner in der NFC East und wenig Hilfe im eigenen Team. Also da war Vernon ja der klare Nummer-Eins-Pass-Rusher bei den Giants. Hatte letztes Jahr 46 Quarterback-Pressures, obwohl er nur elf Spiele gespielt hat. Und was sind das im Schnitt? So, jetzt kommt deine 4, irgendwas wahrscheinlich raus, ne? 4,1. Also wirklich auf einem sehr hohen Level. 0,2 hinter Michael Bennett, der alle Spiele bestritten hat. Also wirklich, wenn er spielt, wirklich ein sehr, sehr produktiver Pass-Rusher ist. Genau, ich hab mir die Spiele im Detail dann auch mal angeschaut, weil er hatte insgesamt von diesen, also wie gesagt, nur elf Spiele gespielt. Und davon waren vier, wo er sechs oder mehr Pressures hatte. Also das sind wirklich dann schon sehr, sehr gute Spiele. Und jetzt ist er ja bei den Browns eben nicht mehr diese alleinige Nummer-Eins-Option, sondern du hast Miles Garrett auf der einen Seite, Vernon auf der anderen, dann Larry Ogunjobi in der Mitte und Emmanuel Orkbar als diesen Rotations-Pass-Rusher. Und das ist schon verdammt stark, find ich. Und Vernon ist ja auch erst 28 Jahre alt. Also das ist ja jetzt keiner, der da mit 34 irgendwie noch mal reingewalzt kommt, sondern der hat ja auch noch ein paar Jahre, wo er, glaube ich, auf einem guten Level spielen kann. Und die Giants auf der anderen Seite haben auf einen Schlag eins der potenziell besseren Guard-Duos der Liga, würde ich jetzt mal sagen, mit Seidler und Will Hernandez. Seidler letztes Jahr einer der absolut besten Pass-Blocking-Gards der Liga. Hernandez ist, glaube ich, auf dem Weg dahin, zumindest selbst irgendwann in diese Guard-Top-Klasse aufzusteigen. Dann hast du das als Basis mit John Jalapio dazwischen, mit dem haben sie ja gerade verlängert. Oh, das wollte ich als Zusatz-News noch rausholen. John Jalapio für alle, die keine Special-Teamer sind. Genau, dein Under-the-Radar. Genau, Under-the-Radar-Center, der sehr Verletzungspech hatte letzte Saison und auch vorletzte Saison nur ein paar Spiele gemacht hat. Aber wenn er gespielt hat, ein richtig guter Pass-Blocking-Center vor allem gewesen ist. Und mit dem haben sie jetzt verlängert. Das finde ich sehr, sehr gut. Es wird jetzt kein Free-Agent mehr. Also kann man da aus der Liste streichen. Aber für die Giants natürlich, wenn der fit bleibt, dann haben die eine richtig gute Interior-Line. Absolut, richtig gut, richtig gut, wirklich. Und du hast jetzt Nate Soldier, natürlich ist der überbezahlt, weil er halt auf den Markt kam als Free-Agent. Aber der ist ja auch solide auf der linken Seite als Left-Tackle. Es gibt jetzt nur noch eine Position, die ein bisschen wackelig ist. Genau, und den kannst du halt im Draft finden. Kannst du vielleicht auch in der Free-Agent-Center einfinden. Also da, das ist machbar, sag ich jetzt mal, bevor Free-Agent überhaupt startet, wenn deine einzige wirkliche Baustelle der Right-Tackle ist. Also für mich, als ich es mir jetzt genauer angeschaut hatte, die Giants könnten da, glaube ich, eine Offensive-Line, die über Jahre eigentlich echt eine üble Schwäche war, in dieser Off-Season nicht nur reparieren, sondern ich glaube sogar in eine Stärke umwandeln. Und das, wenn wir davon sprechen, wie eine Offense funktioniert, kann man das eigentlich nicht hoch genug einschätzen. Aber es gibt einen Faktor, der mich an diesem Trade ein bisschen verwundert. Okay. Weil die Giants, ich werde nicht so richtig schlau, was die jetzt für einen Plan haben, langfristig gesehen. Sie holen sich jetzt einen der besten Pass-Blocking-Guards der Liga. Auf der anderen Seite geben sie aber einen starken Defense-Spieler nach dem anderen ab. Vergleich mal bitte jetzt die Offense Stand jetzt, egal wer auf Quarterback ist, von mir aus auch Eli Manning, das Drumherum ist ja mittlerweile stark genug, wenn jetzt auch noch die O-Line stark wird, und die Defense der Giants. Also für mich ist das ein so riesiges Gefälle. Ich bin gespannt, also ich verstehe noch nicht so ganz, was ist deren Plan? Wollen sie jetzt noch mal mit irgendwas angreifen? Was ist mit Odell Beckham Jr.? Da gibt es ja auch immer wieder Trade-Gerüchte. Also wollen sie jetzt pushen, wie mit einem Kevin Seidler? Oder wollen sie jetzt einen Umbruch starten? Also für mich sieht es ein bisschen momentan so aus, okay, die Offense, da denken sie irgendwie, da greifen wir mit an und in der Defense machen wir einen Umbruch. Also das geht für mich noch nicht ganz so zusammen, was da gerade auf der einen Seite und der anderen Seite des Balls passiert. Weißt du, was ich meine? Ja, ich habe zwei Gedanken dazu. Also zum einen, wir stehen vor einem unglaublich tiefen Defense-Draft. Ja, das stimmt. Also du könntest aus Giants-Sicht, und du hast ja hohe Picks durchaus, könntest du sagen, wir schließen, also gerade Defensive End, Pass Rusher, wie auch immer, du sitzt als Edge Rusher, sag ich jetzt einfach mal, wirst du in diesem Draft finden. Du wirst Defensive Line generell im Draft finden. Du wirst Secondary, zumindest was die Tiefe angeht, wirst du einiges finden. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Beweggrund dahinter ist und ein anderer, vielleicht sagen die Giants sich einfach, Offense ist viel wichtiger. Und wenn wir auf eine Seite des Balls unseren Fokus legen, wo wir jetzt Impact-Spieler haben wollen, wie eben Kevin Seidler, das ist ja das Musterbeispiel für einen Spieler, den du jetzt holst und der sofort dein Team besser macht, dann nehmen wir die Offense. Und defensiv ist es okay für uns zu sagen, wir setzen auf junge Spieler, wir setzen da eher im Draft den Fokus drauf und vertrauen darauf, dass James Badger, der ja über die letzten Jahre als Defensive Coordinator eigentlich auch einen sehr, sehr guten Track-Record insgesamt hatte, dass der die Defense formen kann. Und wichtiger für uns ist sozusagen als Team, dass die Offense garantiert funktioniert und in der Defense können wir über Scheme und mit jungen Leuten, wenn wir da arbeiten und da hier und da mal Fehler passieren, dann nehmen wir das lieber in Kauf. Also vielleicht steckt das auch so ein bisschen dahinter. Dann ist die Frage, wenn du jetzt von hohen Draftpicks sprichst und den Giants, eigentlich bräuchten sie ja auch noch einen Quarterback. Oder? Also ich meine, du kannst noch so eine gute Offense dahin stellen aufs Feld. Wenn dein Quarterback dann nur durchschnittlich spielt, hilft dir das nicht wirklich viel. Also da bin ich sehr gespannt, wie sie das lösen. Ein anderer Gedanke, der mir jetzt gerade noch so eben kam, ich habe noch mal nachgeguckt, Capspace, ja, so im Durchschnitt sind sie ziemlich genau, der Durchschnitt der Liga. Was ist denn, wenn die sich einen Teddy Bridgewater holen? Oder versuchen zu holen? Ja, das war ja meine ursprüngliche Theorie, ne? Ist das so? Ja, hatte ich in der Quarterback-Karussell-Folge. Weil wenn sie ... Fände ich super-vegaspannt. Also die Giants könnten auch auf keine Art einfacher Capspace kreieren, als wenn sie Eli entlassen würden. Das nur noch mal so in den Raum gestellt, weil sie da, also gerade im Vergleich zu den anderen Quarterbacks, die so ein bisschen auf der Kippe stehen, könntest du dich von Eli relativ günstig, in Anführungszeichen, trennen. Also ich glaube da, ich habe jetzt nicht mehr nachgeschaut, aber ich meine, das sind 6 Millionen Dead-Cap, aber du sparst 17 Millionen an Capspace ein. Ich glaube, dass das so die Zahl ungefähr waren. Also das wäre schon machbar. Und dann hast du definitiv das Geld, um einen Teddy Bridgewater dir zu holen. Und es gibt ja auch Gerüchte, dass die Eagles beispielsweise Angst davor haben, dass die Giants Nick Foles sich holen wollen. Also so ganz abgehakt habe ich die Giants dann noch nicht. Allerdings, was sie halt, also wie sie das nach außen verkaufen, klingt schon sehr, als ob sie noch an Eli glauben. Andererseits würden sie natürlich das niemals anders verkaufen, auch wenn sie sich von Eli trennen wollen. Eli still guttet, ich sag dir das. Aber tatsächlich meine Optimallösung jetzt, wenn ich das einmal so im Kopf durchgespielt hätte, Teddy Bridgewater holen. Weil dann musst du deinen hohen Draft-Pick nicht in einen Quarterback investieren, sondern kannst vielleicht sogar noch mal zurücktraden und kannst dann dadurch deine Defense in der Breite mit jungen Talent stärken. Würde ich sofort unterschreiben. Den Weg würde ich sofort unterschreiben aus Giants Sicht. Wäre, glaube ich, der spannendste und der erfolgsversprechendste Weg. Ja, ich bin gespannt, wie sie es am Ende machen. Also sie haben ja, ich glaube, dass Dave Gettleman, der GM hat das auch so gesagt, dass das Chiefs-Modell ihnen eben sehr gefällt, in Anführungszeichen, also einen Quarterback zu holen, ein Jahr hinter deinem Veteran-Starter sitzen zu lassen und dann einzusetzen. Im Moment ist auch noch, alle Mock-Drafts, die ich sehe, haben eigentlich einen Quarterback zu den Giants in der ersten Runde. Auch viele vermuten, dass die nach oben traden könnten, noch da in die Top-3 rein. Ich bin gespannt. Also letztlich, wir kommen ja auch noch mal gleich kurz auf die Quarterbacks in der Free Agency, aber letztlich gibt es nicht so wahnsinnig viele Interessenten für die Quarterbacks in der Free Agency dieses Jahr. Und das wird ganz, ganz spannend sein, welche Teams da letztlich wirklich im Rennen sind und wer die sich am Ende holt. Und das wird natürlich auch dann massive Auswirkungen auf den Draft haben. Dann machen wir weiter. Aha. Oh, wenn ich das schon lese. Du kommst nicht drum rum. Ich komm wirklich nicht drum rum. Aber ist auch okay. Antonio Brown ist das Thema. Ja. Der war im Prinzip schon zu den Bills getradet. Da hab ich sehr schmunzeln müssen. Ähm, dann ist das Ganze aber wieder im wahrsten Sinne des Wortes auf Eis gelegt worden. Er geht nicht zu den Bills. Und jetzt weiß man wieder nicht, wo es hingeht. Er hat jetzt wohl bei Instagram, ähm, vor ein paar Stunden, heute Nacht, ähm, deutscher Zeit, gesagt, es ist ein Trade so gut wie durch. Seid gespannt, was da kommt. Er freut sich drauf. Blablabla. Also das nimmt kein Ende. Was, wo geht er denn jetzt hin? Ja, das ist, äh, also die ganze Situation war natürlich echt wild. Irgendwie, weil sich auch, vor allem, weil sich auch Rappaport und Schäfter gegenseitig mit Updates überboten haben und dann teilweise angefangen haben, sich zu widersprechen. Beziehungsweise Schäfter war, glaube ich, generell eher zurückhaltender. Rappaport hat das schon so gemeldet nach dem Motto, ist, äh, ist kurz vor dem, vor dem Abschluss. Es schien irgendwie auch alles klar zu sein, dass er nach Buffalo geht. Und dann wurde das auf einmal immer, immer nebulöser. Und plötzlich war dann doch wieder alles irgendwie, äh, nicht in trockenen Tüchern. Und dann haben ja die Bills ein offizielles Statement abgegeben, der Bills-GM, ähm, dass man wegen Brown angefragt hätte, dass es auch positive Gespräche gab. Aber dass das jetzt vom Tisch ist und dass Buffalo nicht mehr interessiert ist. Ähm, für mich deutet das alles darauf hin, dass sich die beiden Teams eigentlich einig waren. Also die Bills und die, und die Steeders. Ähm, und Brown aber eben keinen Bock hatte, nach Buffalo zu gehen. Ja, zu Recht. Als Start, genau, als Start-Team, was auch immer. Also, ähm, ultimativ wahrscheinlich gesagt hat, dann trete ich eben zurück, bevor ich nach Buffalo gehe. Ähm, und diese Waffe in Browns Arsenal, die darf man halt nicht unterschätzen bei dem Trade. Also so wie Pittsburghs GM das ja vor zwei Wochen gesagt hat, so nach dem Motto, wir, hier, Brown hat bei dem Trade kein Mitspracherecht. Das ist natürlich Quatsch und naiv, weil er kann immer sagen zu dem Team, das ihn ertraden will, ähm, ja, wenn ihr mich holt, dann, ähm, ich werd nicht kommen zu euch. Sondern ich, äh, dann mach ich halt, beende ich halt meine Karriere. Ähm. Oh, das ist, das ist so unprofessionell und so abgehoben. Das tut mir leid. Also, ich bin aus spielerischer Sicht ein großer Fan von Antonio Brown. Naja. Äh, aber was, wie der sich da jetzt so nach und nach immer unbeliebter macht für Teams und das mit seiner Qualität, das ist schon wirklich, das tut schon weh. Ja, man wies ja am Markt, ne? Ja, natürlich. Ja, ganz ehrlich, und dann am Ende, am Ende wollen die Bills dich holen, die wirklich so mega im Umbruch sind, einen Quarterback haben, der bestimmt noch so ein, zwei Jährchen braucht. Mhm. Ähm, und wie ich glaube, das war mal wieder Daniel Jeremiah, äh, der das gesagt hat, was ich auch eine, eine gute Überlegung finde oder ein guter Gedanke, was das Ganze angeht. Willst du Antonio Brown holen zu deinem jungen Quarterback? Diesen Antonio Brown, der sich schon, ähm, bei, äh, Rethersberger über zu wenig Targets immer beschwert hat. Ähm, und dann halt jemanden wie Josh Allen, den verunsicherst du dann im Zweifel total damit, wenn du dir so jemanden holst, der so auf Targets, ähm, ja, plädiert sozusagen. Ja. Und für, für eine große Unruhe einfach sowohl im Huddle als auch im, in der Kabine sorgen kann. Das willst du dir zweimal überlegen. Ja, ist halt ein Drahtseilakt, ne? Ist halt echt ein Drahtseilakt. Weil auf der, also auf der einen Seite kann man das natürlich völlig so argumentieren, wie du gerade gesagt hast. Auf der anderen Seite kann man natürlich genauso sagen, die Bills haben wahrscheinlich das schlechteste Wide Receiver-Core in der NFL. Keine Frage, sportlich würde der natürlich helfen. Genau. Und du gibst halt, du gibst halt dann, wenn man den Gedanken weiterdenkt, du gibst deinem jungen Quarterback, ähm, einen der absoluten Elite-Receiver und vielleicht hilft ihm das ja auch dabei, besser zu werden. Also es ist irgendwie, es ist schwierig. Ich kann verstehen, warum die Bills sportlich, so gut sportlich, sowieso sportlich sollte jedes Team Interesse haben, aber warum die Bills auch bereit waren, dieses Risiko einzugehen, was ja Brown nun mal mitbringt. Was wir nicht wissen, ist, was der Preis gewesen wäre. Also die Gerüchte, die ich jetzt so gehört habe, waren, dass die Raiders wohl einen Zweit- und Viertrunden-Pick geboten haben. Dementsprechend können wir davon ausgehen, dass das Bills-Angebot da drüber gelegen haben muss, würde ich jetzt mal sagen. Und ich vermute, dass es dann einen Zweit- und einen Drittrunden-Pick war, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den Erstrunden-Pick, den Nummer-Neuen-Pick dieses Jahr geboten haben. Dementsprechend, das ist so die Kragenweite, ungefähr, von der wir, denke ich, sprechen. Zweit- und Dritt-, Zweit- und Viertrunden-Pick in etwa. Ja, also im Endeffekt gibt es halt jetzt zwei Faktoren, wenn die Steelers noch einen Trade-Partner finden wollen. Und das wäre eben einmal die Frage, welche Perspektive bietet das Team Brown? Ist es die Perspektive, die er sich vorstellt, eben als klarer Nummer-Eins-Receiver mit einem guten Quarterback, idealerweise noch mit einem Coach, den er vielleicht kennt oder dem er zumindest vertraut. Und dann der zweite Aspekt, natürlich bietet das neue Team ihm den Vertrag, den er sich vorstellt, weil er will ja nicht, er will ja einen umstrukturierten oder einen neuen Vertrag haben, wenn er jetzt wechselt. Dementsprechend, wenn die beiden Sachen nicht gegeben sind, dann glaube ich, wird Brown halt dem Trade auch im Endeffekt nicht zustimmen. Und wenn es nicht die Raiders am Ende wären und die Raiders bleiben tatsächlich mein Favorit, dann könnte ich mir die Titans als Alternative vorstellen. Ich glaube, dass tatsächlich alle wirklichen Contender, also die Teams, die wirklich jetzt dieses Jahr realistisch um den Titel spielen, dass die kein Interesse haben, weil sie Brown als Charakter sich nicht in ihren Locker-Room holen wollen. Das Thema wird uns noch begleiten, glaube ich, befürchte ich. Ja, die Stilers wollten das ja eigentlich abschließen. Eigentlich hatten sie ja diese Deadline für Freitag ausgerufen, weil sie es natürlich vor der Free Agency eigentlich geregelt haben wollten. Aber das ist halt ein kompliziertes Thema. Ich bin froh, wenn es dann letztendlich durch ist. Lass uns weitermachen mit einem auch sehr spannenden Spieler, aber aus ganz anderen Gründen. Eric Weddle geht, der wurde ja von den Ravens entlassen. Darüber hatten wir, glaube ich, schon gesprochen. Genau, das hatten wir schon mit drin. Und der geht jetzt zu den Los Angeles Rams. Ja, zeigt uns, dass die Rams Marcus Joyner wohl nicht halten werden. Und unter der Prämisse macht es, glaube ich, für alle Beteiligten Sinn. Weddle kommt zurück an die Westküste, ist bei einem Contender, ist unter Vertrag, bevor die Free Agency startet und diese ganzen hochkarätigen Safeties auf den Markt kommen. Und die Rams schließen eben diese Baustelle vor dem Start der Free Agency. Eben auch wieder ein Spieler, der nicht die Compensatory-Formel belasten wird. Mit einem absolut verlässlichen Routinier, würde ich jetzt mal sagen, der dir als tiefer Safety auch ein bisschen Sicherheit zwischen deinen aggressiven Cornerbacks gibt. Talib und Marcus Peters sind ja beide sehr, sehr aggressiv spielende Cornerbacks von ihrem Stil her auch sehr, gehen auch gerne mal Risiken ein. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass Weddle da so ein bisschen Stabilität reinbringt. Und klar, der ist 34, der ist nicht mehr so explosiv wie noch vor drei, vier Jahren. Und du wirst ihn eben nicht als deinen Slot-Corner einsetzen können, wie es halt bei Joyner auch der Fall ist. Aber du kannst halt eben als Team nicht alle Spots hochkarätig besetzen. Und jetzt zwei Jahre, zwölfeinhalb Millionen Dollar, 5,2 Millionen garantiert, ist sicher günstiger für der Vertrag, den Weddle jetzt bekommen hat, als der den Joyner verlangt hätte. Und vielleicht gibt dir dann eben sowas den Spielraum, um einen Roger Saffold oder einen Dome Kong Su zu halten. Und dann im Endeffekt, glaube ich, wie gesagt, du kannst nicht jeden Spot in deinem Team hochkarätig besetzen. Ist für mich ein Move, der so ein bisschen an den Michael-Bennett-Move erinnert für mich. Ja, ja. Es ist halt ein Ersatz, der zum einen günstiger ist, qualitativ vielleicht ein bisschen da drunter liegt, aber für ein Team, das jetzt im Titelfenster ist, total Sinn macht. Weil du verlierst vielleicht deinen etwas Jüngeren, den du aber deutlich höher hättest bezahlen müssen und ersetzt ihn mit einem absolut, absolut soliden und konstanten Veteranen. Also muss man ja auch mal sagen, Eric Rettel spielt seit Jahren wirklich auf einem hohen Niveau. und das wird er jetzt auch noch zumindest dieses Jahr weiterhin machen können und das hilft den Rams natürlich ungemein und wie gesagt, der finanzielle Faktor ist natürlich auch nicht ganz uninteressant. Dann haben die Jaguars einige Leute entlassen. Ich glaube vier? Vier Spieler? Fünf sogar. Fünf sogar. Wenn du den Longsnapper mit dazu führst. Ah, okay. Ja gut, den hab ich, den hab ich, es tut mir leid, den hab ich außen vor gelassen. Fünf Leute haben sie entlassen und warum haben sie das gemacht? Also wen vor allem und warum? Also wen vor allem, sie haben Malik Jackson den Defensive Tackle verlassen, Tishon Gibson den Free Safety, Jeremy Parnell, das ist der Right Tackle und Carlos Hyde eben der Running Back. Dazu wie gesagt den Longsnapper Carson Tinker und sie hatten ja auch schon vor ein paar Tagen, glaube ich war es, haben sie den Vertrag von Marcel Darius umstrukturiert. Warum? Die Jaguars hatten vor, ich glaub einer Woche nicht mal eine Million Dollar an Capspace, jetzt haben sie über 30 Millionen Dollar am Capspace und die offensichtliche Schlussfolgerung ist natürlich, die schaffen gerade Platz für einen Quarterback. Aber sie haben noch Black Bortles. Sie haben ja Black Bortles, ja, es gibt ja jetzt auch schon Gerüchte, dass sie Bortles nur noch nicht entlassen haben, weil sie noch nicht ganz sicher sind, dass sie ihren Quarterback bekommen in der Free Agency. Sobald da, und das wird wahrscheinlich, ich vermute, dass das am Montag allerspätestens am Dienstag passieren wird, wenn sie sich dann mit den Beratern von aller Voraussicht nach Nick Foles in irgendeiner Art und Weise geeinigt haben, dann werden sie sich auch von Bortles trennen. Natürlich wird das mit einigem an Dead Cap einhergehen. Insgesamt sparst du trotzdem immer noch knapp 5 Millionen gegen den Salary Cap oder bekommst 5 Millionen an Capspace dazu, wenn sie sich von Bortles trennen. Ja, ich denke, dass das allerspätestens am Dienstag, Dienstagabend irgendwann passieren wird. Ob es jetzt Foles wird oder ob es jetzt vielleicht doch noch bei Bridgewater einsteigen, einer der beiden wird es im Endeffekt sein. Worauf man da auch mal schauen muss, und das ist dann so der krasse Gegensatz zu unserer Einstiegs-News, nämlich wie gut sind Teams bei der Kader-Zusammenstellung muss man bei den Jaguars, das glaube ich auch nochmal betonen, wie übel diese Cap und Kader-Management der letzten 1-2 Jahre war, dass sie einen 5-Runden-Pick für Carlos Hyde bezahlen, der ich glaube im Endeffekt 62 Touches hatte oder ich weiß gar nicht genau, wie viele es waren, es waren nicht viele. Das sieht jetzt echt doof aus, dann, dass sie Bortles diesen neuen Vertrag gegeben haben, war natürlich sowieso ein absoluter Wahnsinn, wie sie dieses Team in den letzten 1,5 Jahren gemanagt haben und wie sie eben es ignoriert haben, dass sie auf Quarterback was machen müssen. Also sie hätten ja, sie hätten ja, wenn wir jetzt gerade von Quarterback sprechen, sie hätten ja letztes Jahr ganz, ganz günstig Teddy Bridgewater in der Free Agency holen können oder sie hätten ja Lamar Jackson draften können. Also die Optionen waren ja da, wie sie das die letzten 2 Jahre gemacht haben, zeigt ihr halt, wie es nicht geht und jetzt wird sich zeigen dieses Jahr, je nachdem wie, was die im Draft in der Free Agency machen, aber eventuell haben sie damit eben auch ihr Titelfenster verspielt. Ist Malik Jackson ein interessanter Mann jetzt, wo er frei ist für das ein oder andere Team? Ich glaube schon, ja. Also er leidet natürlich jetzt dann ein bisschen darunter, dass wie gesagt der Draft so tief ist, was die Defensive Tackles angeht, aber gerade auch wieder so das klassische Team, das sofortige Hilfe braucht, das ihn vielleicht für ein Jahr, ein Jahr, zwei Jahre jetzt verpflichten kann, sehe ich da schon immer noch. Also die Qualität ist auf jeden Fall da. Ich hatte auch ursprünglich eher gedacht, dass sie Darius entlassen und Malik Jackson umstrukturieren, aber vielleicht hat der sich auch nicht finanziell darauf eingelassen. Ja, er hatte eine etwas schlechtere Saison als die Jahre davor. Ja. Ist ihm vielleicht da ein bisschen zum Verhängnis geworden, dass man sich gegen ihn entschieden hat. Also Jackson so, für mich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, Rams, klassisches Beispiel, sagen wir, sie verlieren zu. Ja. Jackson wird deutlich günstiger jetzt auf dem Markt sein, würde ich vermuten, als zu. Stellst du den eben neben Aaron Donald und investierst lieber noch in einen Edge-Rusher beispielsweise. Also so in der Kategorie ungefähr, glaube ich, sehe ich Malik Jackson jetzt vor der Free Agency. Wo wir bei Entlassungen waren, die Dolphins planen weiter ihren Umbruch und haben Danny Amendola entlassen, den White Receiver. Ja, das ist ja auch so, was ich schon sehr angekündigt hatte. Haben ja die letzten Tage jetzt schon mehrere Leute entlassen. Dazu gibt es jetzt auch wirklich die Gerüchte, dass sie Cam Wake nicht halten werden. Das klingt alles so, als würden sie den auch gehen lassen nach Uhrzeiten, die da jetzt schon in Miami war. Ryan Tannehill wird der Nächste sein. Ich gehe fest davon aus, dass die im Moment noch so letzte Bemühungen quasi haben, ihn zu traden, dass aber vermutlich niemand diesen Vertrag traden will für Tannehill und dass sie im Endeffekt Tannehill auch, ob es heute Morgen oder am Montag passiert, aber in den nächsten zwei, drei Tagen auch entlassen werden. Ist alles Umbruch in Miami. Die richten sich voll auf Übergangsjahr 2019 ein und ich glaube, wenn du das schon machst, dann ist es auch in der Radikalität der richtige Schritt. Amendola jetzt, also so der klassischste Gedanke und das wurde jetzt auch schon oft gefragt, ist natürlich zurück zu den Patriots, die dringend Receiver brauchen. Amendola wird günstig sein, kennt das Playbook, kennt die Offense und auch da wieder, entlassen, wird nicht in die Compensatory-Formel reinzählen. Also du glaubst, er geht tatsächlich zurück zu den Patriots? Ich könnte es mir zumindest gut vorstellen. Für einen günstigen Deal, ein Jahresdeal, könnte ich mir schon vorstellen. Ja, wird ja auch Sinn machen. Wir haben über Golden Tate gesprochen. Ja, der wird zum Beispiel viel teurer. Der wird teurer, wäre damit natürlich raus und wenn sie das in der günstigen Version bekommen, dann klingt das doch ganz nach den Patriots. Ja, ja. Dann kommen wir noch zu den Arizona Cardinals, die weiter ihre Offensive Line verstärken wollen und das tun sie auch mit Markus Gilbert von den Pittsburgh Steelers. Ja, absoluter No-Brainer-Move war das für mich, weil du, also Gilbert ist verletzungsanfällig, das ist die, deswegen ist er auch verfügbar, aber für einen Sechstrunden-Pick muss man halt einfach sagen, du wirst in der sechsten Runde dieses Jahr keinen Spieler finden, der ansatzweise auf diesem Level ist. Gilbert ist ein massives Upgrade sofort, besetzt die Right-Tackle-Position, ist in seinem letzten Vertragsjahr für knapp 5 Millionen Dollar, dementsprechend sollte jetzt diese Verpflichtung Arizona auch nicht davon abhalten, in der Free Agency, im Draft weiter auch aggressiv nach Linemen Ausschau zu halten, aber es gibt dir eben so eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Planungssicherheit zu wissen, du hast jetzt da erstmal einen und selbst wenn der verletzt sich jetzt dreimal in der Saisonvorbereitung und du entlässt ihn wieder, 6 Runden-Picks schaffen den finalen Kader sowieso ganz oft nicht, also das ist für mich ein absoluter No-Risk-Move und ein No-Brainer-Move auch, den du aus Cardinals Sicht in 10 von 10 Fällen machst. Also wenn man sich das mal anguckt, wie er gespielt hat, wenn er fit war, wirklich grundsolide, grundsolide, grundsolide O-Liner, wie gesagt, die letzten zwei Saisons insgesamt knapp über 500 Snaps nur gespielt, nee, gar nicht wahr, knapp über 500 Pass-Block-Snaps gespielt, aber mit anderen Worten die Hälfte der Saison gespielt. Ja, hat einiges an Spielen verpasst. genau. Aber ich hab mir die Statistik dann auch mal rausgeschaltet, ich hab das gestern Abend noch getweetet, über die letzten drei Jahre hat er 1116 Pass-Blocking-Snaps und hat dabei 45 Quarterback-Pressures zugelassen. Letztes Jahr Arizona, John Wetzel und Andre Smith zusammen 487 Pass-Blocking-Snaps und haben zwei Quarterback-Pressures mehr zugelassen. Also das ist halt das, wovon wir da bei Arizona reden. Und jetzt mal aus Steelers Sicht vielleicht noch ganz kurz, schon ein Verlust oder wie siehst du das? Ja, ist schon ein Verlust, also Steelers haben ja schon auch so, also das sind so ein bisschen, ich weiß nicht, Umbruch ist mir zu stark eigentlich, aber sie mussten ihn ja eben die letzten ein, zwei Jahre auch immer wieder ersetzen, dementsprechend vermute ich, dass sie ihn als als ersetzbarer, am ehesten ersetzbar aus der Offensive Line gesehen haben und mit den Einsparungen jetzt vielleicht zum Beispiel einen Ramon Foster erhalten wollen. Also er war in einer exzellenten Steelers Line, ist er der am ehesten abfällt, würde ich jetzt sagen, weil du hast natürlich absolute Elite-Spieler mit De Castro, mit Pouncey, mit Villanueva auch und eben auch mit Ramon Foster, dass du am ehesten sagst, wenn wir da fünf Millionen sparen können, dann können wir die vielleicht sinnvoller investieren, aber also Steelers, ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das aussieht und auch, was mich ja wundert bei Pittsburgh ist, dass wir noch so gar nicht größer jetzt die letzten Tage von oder die letzten zwei, drei Wochen von Roethlisberger gehört haben, weil wenn man sich anschaut, dass die, sie haben ja den Offensive Line Coach auch schon verloren, nicht in der Fragment, sondern nach der vergangenen Saison und wie gesagt, Brown natürlich, wissen wir alle, könnten zwei Starting Linemen jetzt verlieren, also mit Gilbert und dann eben mit Foster, also die Offense, bellen natürlich sowieso auch weg. Raymond Foster hat schon eine Vertragsverlängerung unterschrieben. Hat schon verlängert, okay, dann. Aber ich habe jetzt gerade nochmal aufgerufen, weil ich dachte, das habe ich doch gelesen und zwar bei der Pouncey News, den haben sie zu einem sehr, sehr gutverdienenden Center gemacht und gleichzeitig mit Raymond Foster verlängert. Also die beiden sind durch und Gilbert wurde dafür quasi Genau, dann haben sie den Move quasi einfach schon gemacht, über den ich gerade spekuliert habe. Ja, also wie gesagt, wenn du dann eben sagst, wir haben junge Leute dahinter, wir mussten Gilbert die letzten Jahre auch schon ersetzen und es hat funktioniert, dann lieber das Geld in gerade Foster investieren, macht glaube ich aus Dealers Sicht sogar auch Sinn. Ich bin trotzdem gespannt, ob Rothenberger das alles so hinnimmt oder ob der irgendwann da sagt, jetzt hier, ihr nehmt mir meinen Nummer 1 Receiver, ihr nehmt uns unseren Offensive Line Coach, der hier wirklich eine absolute Elite Line zusammengecoacht hat die letzten Jahre, Bell ist weg, warum tue ich mir das hier eigentlich noch an? Also das wäre so die klassische Rothenberger Geschichte irgendwann so. Vielleicht ist der aber auch irgendwo ganz froh, wenn jemand wie Brown weg ist, mit dem er ja wohl offensichtlich auch nicht so gut zurechtkam. Das stimmt, Pouncey noch als kleine Nebeninfo bestbezahlter Center der NFL durch den neuen Vertrag. Nächste Sache und zwar wo wir gerade bei Vertragsverlängerungen sind, die Tampa Bay Buccaneers haben mit ihrem Offensive Tackle ist er, Donovan Smith verlängert. Ja, eine Verlängerung, die bei Buccaneers Fans gar nicht so gut ankam, weil er echt anfällig war über die letzten Jahre, das muss man schon klar so sagen. Ich glaube, der richtige Schritt wäre gewesen, ihm den Franchise Tack zu geben, ihn nicht mit Garantien über zwei Jahre an sich zu binden. Auf der anderen Seite, die Motivation grundsätzlich kann ich in gewisser Weise verstehen und gerade als jemand, der in den letzten Jahren sehr viele Spiele der Cardinals Offens gesehen hat, muss ich auch immer wieder betonen, in der Offensive Line ist, die Angst davor, unter das Mittelmaß eben abzurutschen, finde ich durchaus berechtigt und es geht auch viel schneller, als man denkt und plötzlich hast du zwei, drei Schwachstellen der Line und die Offensive Line funktioniert eben nicht mehr und damit funktioniert die ganze Offense nicht mehr. Bei den Buccaneers ist natürlich so ein bisschen die besondere Situation, dass sie jetzt eine sehr, sehr teure Line insgesamt haben, weil sie in den letzten Jahren auch in der Free Agency sehr aktiv waren, jetzt gerade mit ihren Leuten verlängert haben auch, also sie haben, Ryan Jansen haben sie ja geholt in der Free Agency und dann mit, ich glaube mit Ali Marpet haben sie verlängert und dementsprechend ist es eine relativ teure Line, jetzt noch mit Smith, mit der Smith-Verlängerung, die sicher nicht eine der besten Lines ist, so wie sie jetzt im Moment bezahlt wird. Insofern das Argument ist zu sagen, wäre es nicht sinnvoller gewesen, sich von Smith zu trennen und zu schauen, ob wir einen günstigen Ersatz irgendwie in der Free Agency finden, der vielleicht ein kleiner Rückschritt ist, aber der halt viel, viel weniger kostet und das sehe ich irgendwo schon, aber die Gefahr ist eben und das ist gerade in der Offensive Line ist das eben eine sehr reelle Gefahr, was wenn du keinen findest, der halt nur einen kleinen Tick schlechter ist, sondern im Endeffekt da dann irgendwen spielen hast, der viel, viel schlechter ist, ist schwierig. Wie gesagt, für mich wäre der Mittelweg da die beste Lösung gewesen in Franchise Tag, ein Jahr, draftest hoch einen Rookie, den du dahinter aufbaust und der dann übernimmt und dann lässt du nächstes Jahr gehen. Jetzt haben sie eben sehr, sehr viel Geld natürlich bezahlt dafür, dass er länger bleibt. Fun Fact, der Offensive Tackle mit den viertmeist meisten zugelassenen Quarterback Pressures. Ja. Das ist natürlich nicht so gut, kann man so sagen. Das war's an großen News, die jetzt in den letzten 48 Stunden passiert sind, die wir einmal jetzt durchgesprochen haben, dann müssen wir das nämlich nicht nächsten Donnerstag machen. Bis dahin wird sowieso noch ziemlich viel passieren. Wie geht's jetzt weiter? Du hast hier geschrieben Ausblick. Legal Tampering Period. Was ist das? Genau, das ist die, der Zeitraum dann, in dem die Berater von den Spielern, die unrestricted free agents werden, mit anderen Teams verhandeln dürfen. Also, beispielsweise nehmen wir jetzt einfach mal Nick Foles, dessen Berater darf ab Montag mit den Jaguars zum Beispiel in Kontakt gehen und sagen, hier, was würdet ihr uns denn bieten und was, was, wie sieht, würde der Vertrag aussehen, was ist eure Schmerzgrenze, wie auch immer und dementsprechend natürlich wird das dann auch bekannt und du weißt dann ungefähr, gut, der Foles-Berater verhandelt jetzt ausschließlich mit den Jaguars und dementsprechend wird es vermutlich auch in irgendeiner Art und Weise werden die zusammenkommen, als Beispiel jetzt mal ganz, ganz platt gesagt. Das heißt, wir wissen vermutlich schon bis Dienstagabend relativ viel. Es ist normalerweise ist es so, dass Dienstagabend kann man schon einiges abschätzen, wo so die top free agents vermutlich hingehen werden. Natürlich kann es da immer noch auch Last-Minute-Abweichungen geben. Hier kommt nochmal ein Team und legt doch nochmal 5 Millionen drauf. So ein bisschen die Top-Namen sind dann aber relativ schnell vermarktet und dann am Mittwochabend, ich meine 22 Uhr deutscher Zeit, dann beginnt das neue Liga-Jahr, dann laufen alle auslaufenden Verträge, enden dann quasi und dann werden diese ganzen Wechsel offiziell, dann werden auch die ganzen Trades, über die wir jetzt gesprochen haben, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, die sind noch nicht offiziell. Die dürfen erst dann mit dem Start des neuen Liga-Jahres offiziell werden, auch der Flacco-Trade beispielsweise, das ist alles, wird erst dann offiziell das Papier quasi eingereicht, wenn das neue Liga-Jahr beginnt, also Mittwochabend ist dann die Zeit, in der wirklich Verträge unterschrieben werden und Trades offiziell gemacht werden. Und deshalb nehmen wir ja am Donnerstag auch erst am Donnerstag im Laufe des Tages auf. Genau. Das alles andere wird überhaupt keinen Sinn machen, wenn Mittwochabend beziehungsweise Donnerstagmorgen noch so viel passiert und noch so viel durchsickern wird, wer da wie zu wem geht und wen geholt hat. Genau, wird sowieso, also die Woche ist meistens erfahrungsgemäß sehr, sehr verrückt generell und es passiert unfassbar viel. Was ich euch sehr gerne noch ans Herz lege, ist, wir tickern bei Spox, die Free Agency Live und zwar beginnend schon am Sonntag, also Eigenwerbung, ähm, genau, am Sonntag, also morgen fangen wir an und dann geht's jeden Tag quasi nachmittags bis in die Nacht hinein, ähm, Free Agency Ticker Live, das heißt, da verpasst ihr hoffentlich nichts. Noch mehr Eigenwerbung, ähm, wo ihr natürlich auch gerne mal vorbeischauen könnt. Bei Twitter, Downset Talk, bei Instagram, Downset Talk, bei YouTube Downset Talk oder auch bei Facebook, überall findet ihr uns da, folgt uns da gerne, da gibt's auch immer wieder schöne Sachen, die wir da raushauen, hin und wieder mal, das soll's für heute gewesen sein, wir hören uns dann ganz gewohnt, na, nicht ganz gewohnt, ein bisschen später, aber am Donnerstag wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin, tschüss! Ciao, ciao! Bis dahin, tschüss! 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 Bis dahin, tschüss!